hey leute man kommt so mann wie von 10 und heute mal ein trick wie man oder besser gesagt ein tippen legal viel geld verdienen kann in gta und zwar öffentlich euer handy geht auf martin und vor der solchen job an wenn ich das gemacht hat schaut ihr das stecht auf dem dach kommt wenn ihr das gemacht habe macht ja alles auf schwer am besten macht ihr das mit ein paar freunden ich habe dann mit zwei freunden mal 37.000 bekommen und keine ahnung wieso ich 37.000 bekommen auf jeden fall macht ihr das mit freunden und ihr kauft euch einfach munition für die für die raketenwerfer und ja das war es eigentlich die mission ist nicht schwer also sicher schon schwer wenn sie alleine spielt dann mit freunden wird das schon klappen und ja das ist einfach der beste weg wenn ich unlegal gern zu machen dann geht ja und ja wenn ich das video war gibt doch ein damm hoch und wiederum sagen bis zum nächsten mal leute ciao